Reingehts auf The Game mit unser Wesker Boydie und ich werd wieder mal komplett verkacken. Let's go. Dann einfach schätzungsweise... Oh mit R2! Okay ich weiß nicht was da jetzt schon wieder gegamed wird, aber okay. Gehen wir einfach mal nach. Schon direkt das Window gemisst, tut ja schon so weh. Oh warte mal. Alles geplant. Okay Achtung. Nein, ich kann das. Du kleiner Tralalal. Du kleiner Tralalal. Ich wollt Haktacken try and imagine. Ich hätt das mit Controller hinbekommen. Ich wär so glücklich. Nein! Ja geh rein, komm. Passiert ne? Passiert. Okay. Okay. Der Wesker! Okay. Junge ich bin so confused. Da ist nichts. Da vorne aber. Eventuell direkt Richtung Rescue. Ah, das ist so hart. Warum ist es so hart? Bruder, ich wurde geplayt, leider. Fuck it! Fuck it! Nein! Nein! Man kann Leute da mit Wesker drüberhütten. Ich bin gerade ein bisschen zu greedy. Es tut mir leid. Ja, die Map ist halt auch echt scheiße für mich gerade. Mit Controller kann ich da nicht mit dem Paletten sonderlich shoot umgehen. Mann, das fuckt mich ab! Das ist auch einfach zu hart, ne? Das wär so'n Freehead gewesen eigentlich! Ich bin auf der falsche Seite! Oh, ich dachte, der wär hier gepoppt, aber ne? Ich hab mir die nächste Pallet wieder in die Fresse geworfen, weil diese Map Infinite Pallets hat! Ah, es ist hier jetzt, ja... Hab ich wenigstens richtig prediktet, aber was bringt's mir, ne? Jetzt throwt sie die nächsten 20 starken Paletten in meine Fresse. Ich hab mir einfach gehofft, dass ich irgendwie, in irgendeiner Art und Weise was richtig kässe bei meinem Leben. Ich muss den Generator hier kicken und hoffen, dass da... Lass das! Ja gut! Also... Plus eins? Bro, mein Internet ist auch nicht gut. Ich fühl dich, bro. Ich fühl dich for real. Ich fühl dich for real sehr hart. Drei, zwei... Imagine... 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 Na... Stark von ihr! Sie haben so viele Pallets, die sie alle in meine Fresse werfen können! Das ist nicht gut, das mag ich nicht! Aber warte mal, da muss doch noch wer sein! Muss da nicht noch wer sein! Eventuell bin ich auch einfach dumm! Ein bisschen dumm! Okay, mein Knowit ist wenigstens gut versteckt! Muss man schon sagen! Mein Knowit ist ziemlich strong versteckt! Okay! Steve Harrington Bot! Du und ich! Hatten... ne schöne Zeit miteinander! Ich führe sie sogar zum Totem her! Um eventuell erreichen zu können, dass ich da einen richtigen Spieler nebenhucken kann! Nee, du treust! Nee, du treust! Nein! Smart! Aber nein! Ah! Ja! War klug! Nice! Was? Jetzt kommen die Bodyblocks halt durch, ne? Jetzt kommen die Bodyblocks halt durch! Oh, vielleicht auch nicht! Oh mein Gott, warte! Das ist verdammt dumm! Das ist verdammt dumm von ihr! Einfach für die Distance! Ich lass dir die Pelle breken! Die lässt mich die Pelle breken! Girl! Okay! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wir haben einen Bot, Leute! Wir haben einen Bot geholt! das tut weh das war kein tolles erleben aber warum warum auch genau auf the fucking game was soll ich denn auf the game ausrichten als controller loser im menschen hockt hätten ja okay was soll ich sagen was soll ich sagen es ist nicht möglich ist mein controller fällt auch noch runter es ist nicht möglich kommen wir schreiben wenigstens noch gg da hatte er auch noch hope hätte er nicht gehabt hätten wir wahrscheinlich das sogar bekommen ich hasse hope ja auch so sehr das ist einfach wieder mal ein purer ein purer fucking schmerz so Untertitelung des ZDF, 2020